so und weiter geht's die frage ist was haben wir jetzt hier genau gehen wir mal auf dem map einfach gucken was wir hier machen können geschäft da bin ich was haben wir hier für aktivitäten gang anführung ja da müssen wir hier haben wir glaube ich noch einen aussichtspunkt nicht erobert den werden wir mal in angriff nehmen so haben wir ihn ja haben wir ihn so und dann einfach mal wieder über die themse gleiten bis zu unserem aussichtspunkt so hoch und haben wir hier noch einen ja da haben wir noch nie haben wir nicht kommt dann mal hier rüber kommt da jetzt eh noch so der böse industrielle bagger hier na können wir hier wölber kombo 13 oder nein okay den haben wir so haben wir irgendwas so versucht den attentat nur hier direkt wenn es geht so man das macht ja langsam echt spaß 4 brauchen wir noch gut die holen uns jetzt auch noch würde ich sagen haben wir hier irgendwo ein übeltäter nee dann mal hier weiter parcouren nach oben so von oben ja ja wir haben natürlich unseren na haben wir hier haben wir nicht doch haben wir wohl na hier können wir nicht ne dann lass rüber so da sind wir können wir hier irgendwo schmuggelware zerstören ne ne oh wir haben hier cops oder was ne ok neuner kombo und wir laufen hier einfach rüber schon ein ganzes stück von der brücke weg aber kommen gut voran ne was hatten wir hier eingezeichnet ich sehe es gar nicht mehr so hier haben wir auf jeden fall futter für einen todessprung hier kommen wir rund trotz steigung äh ähm strömung so hier sind wir fast drüben und mal eben ein attentat so feini haben wir hier noch welche ach guck mal hier 28 meter fracht stehlen ja das können wir ja eigentlich dann unterwegs auch mal ah guck mal hier ok das war dann eben auch ein attentat wunderbar was haben wir denn hier abkoppeln ok haben wir jetzt fracht gestohlen oder ähm naja keine ahnung was wir jetzt gemacht haben wäre natürlich super stehen ja toll ach da hinten da ist die fracht alter super ah was haben wir hier ähm b haben wir zumindest was sabotiert hier ne so alles klar und hier zurück und schon sind wir am anderen ufer angelangt die brücke ist jetzt auch nicht die haben wir auch nicht allzu weit aus den augen verloren so nur eben unseren aussichtspunkt so da oben ne da haben wir ja einen zweiten so und ab nach oben gangquartier jetzt sind wir natürlich so wir müssen die richtung ne oder wie ich will langsam auch nicht mehr und dann ist das so wie hat ihr nichts zu suchen komm zurück, bald spät nein komm hier hoch da so, je mieser sind die Schusswaffen okay, so, jetzt sind wir eigentlich schon aus der Gefahrenzone raus sieht zumindest so ab und rüber heißes Pflaster London, Leute, oh oh so, und jetzt haben wir es mal wieder geschafft zu entkommen Juti so, das heißt aber, wir planen schon wieder das nächste Attentat guck mal da welchen nehmen wir uns denn? so, wir müssen uns ein bisschen fallen lassen, ne? na? ja wie, Attentat, was denn jetzt? so, Passup, den könnten wir, ah, die Schläger verjagen wieso kann ich hier keinen Attentat machen, Alter? das ist ein bisschen scheiße hm die Schläger verjagen, wäre natürlich auch eine Option super, super, vielleicht aber auch anders wir müssen dann erstmal hier hochklettern aha, ist das manchmal kompliziert so, abstoßen, so, blups gucken, Attentat, klar, auf den hier so, Attentat, Eigenschaft freigeschaltet und jetzt aber schnell mal wieder hier Land gewinnen, ne? ja, kriegen wir hin so, und die Frage ist, haben wir hier Verfolge Verfolge so, wenn wir jetzt hier noch eine Attentat Möglichkeit haben nehmen wir die natürlich mit, ne? haben wir, haben wir, haben wir nein ah, das war jetzt blöd, ne? können wir Medizin fressen währenddessen? ja, können wir, nee, können wir nicht so hier ist halt noch Welle angesagt so, und rüber ja, es bleibt spannend, ne? alle Bleiters eliminieren ah, okay Speer daran hindern, Verstärkung zu rufen das bleibt spannend hier äh, Bleiters, wo sind sie denn? machen wir uns mal ein Bildchen hier hier wäre ja quasi der Erste, ne? wir sind auch ne, leider können wir nicht ja, wir könnten hier oben ne ja den könnten wir jetzt umnieten, ne? ja komm runter, oder ich schieße! ja so, und wieder rüber hier sind wir eigentlich hier noch? ah, was haben wir hier? okay, den Zivilisten beschützen haben wir geschafft gut so, pass auf ja, haben wir doch gern gemacht guck mal, der ist so blöd, der Bleiter so, jetzt können wir natürlich uns hier können wir uns ein paar Mennekes rufen was aber auch Quatsch wäre so, pass mal auf, vielleicht können wir ja hier aus dem Stand heraus ne, können wir wahrscheinlich nur benutzen das Ding, wenn wir irgendwo erhöht stehen nein ah, hier waren wir noch gar nicht so ja ähm ah gut, dann klettern wir erstmal hier hoch so, pass auf äh, alle Bleiters tralala alle Bleiter sind doof haben wir hier, äh ne, für den Todessprung äh, ja ne lieber gucken, dass wir einen Atentat schaffen schaffen wir, schaffen wir ne, haben wir leider nicht haben wir leider nicht schade ähm da ist noch einer von eben hier waren wir auch noch nicht ja, hier ist ein Gangquartier, ja ich würde mal sagen so, prima, das haben wir gemacht jetzt hauen wir uns erstmal die Kiste rein hier so, B tritt mal jenen hier paf ok so, jetzt ist natürlich die Frage ah, da unten ist eh noch Attentat klar so einen von zwölf haben wir hm ne, der ist zu klein dann gucken wir mal, was wir von hier machen können ich glaube, das ist ganz cool so, den können wir zumindest jetzt von hier per Kopfschuss killen gucken, dass wir hier machen können nicht gesehen werden ja, den haben wir jetzt schon im Visier so na, komm hoch so und wieder mal entkommen ok, die Frage ist, ob wir jetzt genauso easy peasy wieder zurückkommen ja wieder Richtung Bleiters Hauptquartier und nicht, dass wir jetzt wieder ähm uah ja, das wär cool Attentat ja ach nö, jetzt haben wir wieder von vorne anfangen müssen das ist natürlich jetzt nicht so fein und hier auch, ne wo ist er? ok ok da könnte so, den haben wir auch das war glaube ich der zweite mal gucken, was wir hier noch alles so haben vielleicht können wir uns hier den nächsten auch direkt ran pfeifen ne 1, 2, ok 1, 2, ok so, und schon sind wir wieder aus dem bösen Gebiet raus so müssen uns aber jetzt wieder bei 0 anfangen das ist ein bisschen nervig, oder? was haben wir hier? ne, wieder alle bei 0 scheiße 1, 2, 3, 0 2, 0 1, 2, 0 4, 0 Okay, erstmal alle hier... silent mäßig... mal guck mal hier... Ah, guck mal da... da könnten wir erstmal einen Speer-Attentat... 2 haben wir... so, wie viel to go? Der, der da wär cool... der 6er, oder? Der steht da ganz allein... ja, das wär super... Attentat... Okay... 3 haben wir... Ah... Okay... Den können wir uns schnappen... So, haben wir hier noch irgendeinen, den wir... Ne, der nicht... Okay, dann suchen wir uns jetzt erstmal wieder eine Aussichtsposition... So, wir haben 4 von 12 eliminiert... also noch 8 to go... Versuch... Ja, die Frage ist, ob wir jetzt einfach... Da kommen wir hier rüber... Das wär ja vielleicht auch mal ne Maßnahme... Nein, lass mal hier auf dem schrägen Dach laufen... So, jetzt ist die Frage... Ah, guck mal hier... Ja, den Anführer unbemerkt töten... Da ist schon mal ne Attentatmöglichkeit... Das ist sehr gut... Willst du dich hier abknallen lassen, oder was? So, also... Jetzt können wir ja hier eigentlich... Kommen die jetzt alle runter... Ich kapier's gerade nicht, was jetzt hier abgeht... Ich weiß nur, dass sie alle hinter mir her zu sein scheinen gerade... Und dass ich nirgendwo eine Attentatmöglichkeit sehe... Aha, da ist einer... Der kommt hoch... Lass mal gucken... Ja, lass mal... Okay, nix mit... Ah... Ah, scheiße... Komm hoch... Aber schnell, bitte... Ja... So, wir bräuchten Medizin... Der ist zu stark, ne? Kann das sein? Nochmal Medizin... Ja... Zwölf... Und jetzt haben wir auf einmal 15 zu eliminieren, oder was? Das Gute ist, dass wir hier Helfer hatten, Alter... Das ist der Hammer... So, töten... Wen? Jetzt warten wir erstmal hier ab, dass wir ähm... Plündern erstmal... Boah... Spannend... Gut, dass unsere Bleiter... So, jetzt haben wir hier noch drei Stück to go... Wir haben uns auf jeden Fall mal regeneriert, hier... Aha, töten... Ja, plündern... Ah, den können wir auch noch plündern... Machen wir natürlich, ne? Ja... Ja, also langsam... Ich glaube... So, RB... Rekrutieren... Ja, natürlich... Mein Freund... Äh... So, nicht so unüberlegtes Verstand... R.B. Halten... Ja... Jetzt röust du dein Maul nicht mehr auf, was? Lass sie nicht entkommen! Nein! Oh, nee! Haben wir jetzt alles verloren? Wäre jetzt sehr, sehr schade... Fände ich jetzt ganz, ganz schlimm, Alter... Dann... Wäre ich jetzt ganz traurig... Scheiße... Hätten wir mal mehr Leute rekrutieren sollen... Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich das ganze Quartier hier auszuräuchern... Ja, super... Alles nochmal neu... Nee... Den Boten heimlich töten... Wo ist er denn? Mich solltest du heute nicht ärgern! Welchen Boten denn? Wir sind jetzt sehr demoralisiert, weil wir echt fast alle hier komplett hatten... Die Frage ist, wenn wir jetzt zurückkehren haben wir bestimmt wieder die ganze Scheiße hier neu zu machen, oder? Ja, komm, rüber... Gehen wir wieder in unser Lieblingsviertel rein... Ja, haben wir doch super gemacht eigentlich... Verbessern sie ihre Fähigkeiten... Können wir das denn? Ja, können wir wohl... Nee, können wir nicht... Also... Schleichen... Blabla... Haben wir nicht... Super... Ja, super... Hm... Sind das unsere? Naja, wir rekrutieren jetzt erstmal hier... So, wir gehen rüber... Danke, sonst aus! Hhotsum... tilli... Oh! Genau... Wie bei uns? Da ist sie! Dr. Stamm... Stamm sie! Nein, machen wir nicht. Gut, dann probieren wir das nächstes Mal. Es soll wohl nicht sein, schließen wir die Session mal ab für heute, würde ich sagen, wir werden uns jetzt mal in den Train zurück teleportieren, ja, um die gegnerische Verteidigung zu durchbrechen, haben wir ja gerade versucht, so gehen wir mal auf die Map und versuchen mal eine Schnellreise zu unserem Headquarter, was haben wir hier, Rennen von A nach B wollen wir nicht, wo ist unser Train, Kampfclub wollen wir auch nicht, Helix Glitch, ja toll, wo ist unsere Base, hm, keine Ahnung, Alter. Geschäft, Helix, Truhe, 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 das wissen wir ja alles, aber wo sind unsere, ah, hier vielleicht, ne, auch nicht. Keine Ahnung, Mode Forster, empfohlenes Level 6, ach, hier sind die ganzen Sachen, die wir machen können, ja, keine Ahnung, ach, hier, St. Mary, ich würde sagen, können wir da hin, ne, können wir nicht, wo können wir denn eine Schnellreise machen, kein Bock mehr auf die Gegend hier. Hm mm, hm, 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 hm. Da können wir zwar eine Schnellreise hin machen, was ist da, Schlacht Geschwister, Schlachthausgeschwister, hausgeschwister i lb rb sind die bezirke truhe ich weiß ja gar nicht wo unser train ist was ist denn hier dass der nachrichten ticker sequenzlöffel sirup haben wir auch noch nicht gemacht aber das könnten wir dann mal die frage ist wie kommen wir an unseren zug legende ist der hier so versteck kampfclub zugüberfall wollen wir nicht sympathisanten sehenswürde zugversteck ja dann lasst doch mal wir wollen doch zu unserem zugversteck alter hier wollen zu unserem zugversteck ja da bist du doch hier sein genau ne ist der kampfclub haha toll hier hier so versteck oder was ja schnellreise bäms ja gut das haben wir geschafft leute unsere erste schnellreise ja und wir zocken im sitzen so hier sind wir einkommen einsammeln haben wir auch lange nicht mehr gemacht ja tausend tausend und die auf attentats wand zugreifen das war unsere attentats wand ne b a sequenz 4 sequenz 8 ist zu viel wie kann man sich hier durch klicken steuern sequenz a sequenz 4 ne dann hätten wir einkommen ist alles leer die temse ach da sind wir gerade okay das wissen wir ja wohl dann haben wir hier wie einkommen einsammeln gehen wir einfach mal durch und schauen was kommt es hier nicht mehr oder was da sind wir doch so hier haben wir auf den schwarzmarkt zugreifen ja was hätten wir denn alles auffüllen ja medizin bräuchten wir ja können wir immer brauchen gut schön dass wir das hier können hier hätten wir auf ausrüstung und waffen zugreifen was haben wir denn alles ja wir könnten natürlich helfen bei kurie was ist mit der eisen kurie ja den könnten wir eigentlich mal nehmen verbessern haben wir gemacht oder upgrade ja machen wir machen wir so den hätten wir natürlich auch kaufen können aber haben wir jetzt die kohle gestehmung Ist ja irgendwie jeck, dass wir immer wieder unterwegs sind. So, was haben wir denn hier? Die Wand. Auf Souvenirs zugreifen. Wo stehen die Wetten? Zurück. Ne, mit Wetten haben wir hier nichts. So, jetzt haben wir hier wohl. Mal gucken. Das war die Wand. Hier ist nichts. Ah, da haben wir wahrscheinlich hinten den Green, der uns da mit neuem... Ah, guck mal, auf Gang-Upgrades zugreifen. So, Anführer, was haben wir denn? Upgrade-Kosten. Nö, erst mal... Ich würde mal sagen, die Anführer verbessern. So, Rooks-Training. Insider. Was haben wir da hinten? Ja, das können wir. Das reicht uns auch erst mal. Wir haben ja jetzt sehr brav geupgradet. Was hat er? Sprechen. Ah. Na? Ah, jetzt. Miss Frey, ich habe hier ein paar Bücher. Ich hoffe, meine Anwesenheit stört sie nicht. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich über sie. Ein Herbarium. Sammeln Sie für jemanden Blumen? Für mich selbst. Man sagt mir, dass wir typisch kritisch. Der raucht die Kräuter bestimmt, der Typ, ey. Wussten Sie, dass alle eine Bedeutung haben? Ich habe schon... Heilmethoden mäßig. Heilmittel. Homöopathie. Aber leider hatte ich nie sehr viel Zeit für das Buch. Ich könnte beim Sammeln helfen, wenn Sie akzeptieren. Okay. Das würde ich sehr schätzen. Vielen Dank, Miss Frey. Gut, dann sammeln wir das nächste Mal halt Kräuter, Leute. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.